Musik Heute startet das Filmfestival der Aktion Mensch. Unter dem Motto überall dabei geht es einmal quer durch Deutschland. Und hier in Berlin am Gendarmenmarkt geht es los. Beim Pressefrühstück mit dabei ist Gildo Horn, unser Schirmherr. Wir haben ganz bunte Filme von Unterhaltung bis Doku. So bunt, wie wir uns unser Publikum wünschen. Nämlich euch. Und dann machen wir mit dem einen Ende des Schnürsenkels eine Schlaufe. Und legen das andere Ende so darüber. Und ziehen es durch diese Schlaufe. Schon ist unsere Schleife fertig. Insbesondere fand ich diesen Start super. Rambazamba. Ein sehr schöner Eröffnungsfilm. Ein sehr schöner Eröffnungsfilm. in the concept of this film is the blending of communities, right? The hearing world and the deaf world. And may it be through poetry, activism, political ideology in itself, it's really important for these worlds to blend as we are all human. Love, life, truth, your life is what you choose. I've been a sex worker for many years, so I don't actually remember my first client with a disability. I just treat all my clients exactly the same. I think around the world that people with disability, their human rights haven't been respected, and also people's sexual needs have been abandoned or ignored or dismissed. Of course, the technical progress is always going to happen. But the most important thing is that the technical progress is still happening. The film is a dialogue between two interests, and one interest is, so gründlich and so good man can, the art and intelligence to be given. And the second issue of the film is, the anchorage of our old human beings and our brains, that is, from the evolution of the intelligence, to give their rights. and the first time, I thought, when we were small kids, we thought it was fun, that Axel followed us with the camera, and we were showing him this and this and this. It's pretty quick, we kind of got used to the camera. Du weißt, dass es da ist, aber es ist ziemlich natürlich. Aus meiner Sicht ist es ein viel wichtiger Film, als ein Film über Krankheit. Der Film hat mich sehr berührt, sehr bewegt, total gefesselt in dem Moment. Ich fand es so krass, dass sie sich so offen gezeigt haben. Also diese Nähe, die man zu den beiden bekommen hat in dem Moment, war eher für mich das Besondere eigentlich. Untertitelung des ZDF, 2020